Das Wasserrad zerstört Kann man wahrscheinlich gar nicht, ne? Kommt man da dran? Nein, ich glaube nicht, da kommen wir gar nicht dran, das wegzumachen wahrscheinlich. Das ist das Problem, was wir jetzt haben, wenn man ein Problem nennen darf. So, das bedeutet, der hier, den kann ich jetzt nicht, ne, das ist Erde. Und Erde kann man nicht so kaputt machen. Das heißt, wir müssen da ein neues nochmal, ach so, ist es ja schon wahrscheinlich hier ausgewählt, ne? Genau, dann probieren wir gerade noch da zwei Felder zu machen. Und das ein bisschen einzudämmen. Hier sieht man leider nichts. Ja, das Land geht nicht runter, ne? Ja, da können wir was legen. Hier ist das Wasser jetzt durch. Natürlich auch doof. Dann geht das hier vielleicht auch durch. Dann machen wir da noch ein Feld hin. Dieses Wasserrad haben wir abgebaut. Ach so, oben hatten wir ja auch noch was. Okay, da wird noch kräftig gebaut. Weiß nicht, ob da noch was ist. Ah, da versuchen wir das ja auch hinzukriegen mit dem Wasserlauf und so. Und hier wird jetzt gerade schlecht gebaut, ne? Ist ja auch immer wieder schwierig, hier was zu bauen. Ja, da ist gerade Wasser hingekommen. Da konnten wir dann das nicht erledigen. Das baut auch gerade keine Erde. Dass wir das zumachen können, ne? Ja, gestaltet sich wieder auch schwierig. Niemand bringt hier Erde vorbei. Ich weiß auch noch gar nicht, wo die gebaut werden würde. Das ist die nächste Frage. Ja. Ah, jetzt ist hier mal Platz für einen da hinzumachen. Aber... Klappt jetzt auch nicht so wirklich, ne? Da ist wieder einer, der einen Stein hier anwohin bringen will. Bringt er den wirklich irgendwo hin? Oder... Doch, er bräuchte es hier rein. Hat geklappt. Okay. Hier sieht jetzt wieder mau aus, dass es vorangeht. Niemand macht was. Niemand baut Erdreich auf. Ja. Ah, hier können wir auch noch einen hin machen, auf jeden Fall. Das hat geklappt. Ich glaube, wir machen da auch mal einen hin. Gucken, dass das was wird. Ich glaube, hat sich hier was getan, nicht wirklich, glaube ich, oder doch? Ja, guck mal, da haben wir hier einen schwebenden. So, da ist er weg jetzt. Jetzt müssen wir das allerdings wieder auswählen. Gucken wir mal. Keiner macht was. Hier passiert jetzt gerade nichts, ne? Das ist komisch, dass niemand das Erdreich irgendwo hinbringt. Hier ist genauso wenig. Hier ist gerade nicht die Zeit dafür, oder was? Ich krieg das Wasserrad jetzt hier auch nicht abgebaut. Das wäre ja noch interessant zu wissen, ne? Ja. Hier kann man nur eine Ladder meinen. Das heißt, wir können da auch gar nicht jetzt hier irgendwie was machen. Destroy Flute Elevator. Da ist es doch. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, dass das Wasser hier weggehen müsste. Das muss jetzt langsam weg trocknen, ne? Eigentlich. Dann können wir eigentlich auch das jetzt alles hier abreißen, auf deutsch gesagt, was jetzt hier ausgewählt ist, ne? Ja, machen wir mal. Warum sehen diese so aus, dass hier so das Dingens rundherum ist? Und hier dieser so glatt ist und der auch. So wie hier auch, ne? Wahrscheinlich ein Programmierfehler. Ja, sieht so aus, als ob das jetzt wirklich weg trocknet. Ja, ist so. Da haben wir das behoben, in dem Sinne. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir das dann fertig kriegen, damit wir das Wasser hochkriegen, um diesen Versuch zu beenden. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, das sieht gut aus hier, ne? Die Flut haben wir, die Sintflut haben wir beendet. So, jetzt muss man hier gucken, dass das weitergeht. Tut es aber irgendwie gerade nicht. Die haben andere Beschäftigungen. Nächste, was ist, vielleicht ist auch gar keiner mehr da, der das machen kann. Ne, es ist aber überall was drin. Also alle Leute sind hier wählbar, auch wenn das nur drei sind zum Beispiel. Aber hier ist ja niemand mehr. Ja, und wie ist es hier? 68 von 80. Das muss auch noch steigen. Ja. Gut. So, wie sieht das weitere aus? Sind alle am Essen produzieren, oder sind am Essen? Sechs Helden, neun Soldaten. Was wollten wir gucken? Weiß ich nicht. Vielleicht mal was die Essensvorrate. Sieben, vierzehn, sechzehn. Aber sonst sieht es mau aus, oder wie sehe ich das? Bananen gibt es auch noch zwei. Radieschen, vier. Und das hier sind Kaktusfrüchte, die wir auch haben. Ein Apfelskuchen, oder ist ein Birnenkuchen, ne? Das war Apfel hier, oder? Apple Pie. Und das ist Pier, das ist Birnenkuchen. Ja, Apple Pie ist da. Da gibt es jetzt auch einen. Das funktioniert erstmal. Ist da einer am Angeln? Sieht so aus, ne? Das Schaf angelt. Da hat einer den Fisch geholt gerade. Sintflut komplett beendet. Wasserrad zerstört. Ja, dann kann man hier meinen machen. Weil das wollen wir dann eigentlich nicht mehr haben, ne? Kann man das auch so machen, ne? Ach, komischerweise. Das bauen sie ganz schnell ab, ne? Na ja. Das Wasser hier nicht rausläuft, ist schon komisch. Auch ein Fehler. Der hat jetzt aber nicht die Erde da weggenommen und bringt die hier rüber, oder? Naja. Hat er aber gemacht. Was war das gerade für ein Jingle? Ah, ein Held ist dazu gekommen. Da kam jetzt auch Erde gebracht. Und nochmal. Ja, die Passareder, die drehen sich da, ne? Ah, da kommt noch einer, bringt noch was vorbei. Bauen die da jetzt auch wirklich was, oder? Ne, da wird gerade Deko gemacht. Ja, weiß ich nicht. Okay. Ja, das wird noch dauern, bis das fertig wird. Keine Ahnung, wer wann was macht. Ja, gucken wir mal nach unten, wie weit ist es da denn so ausgehöhlt. So, da gibt es nichts mehr, das ist die letzte Ebene. Die schon sehr weit entdeckt ist. Da ist noch viel los, da kann man auch noch entdecken, da auch noch. Aber sonst sind die Helden wohl ganz gut zu Gange hier aufzuräumen. Hier ist auch einer gestorben, ne? Hier geht noch was, da geht noch was. Die Spiele sind Pause, ne? Was haben wir? Hier ein großen Angriff. So ein paar sind da. Können wir wieder laufen lassen. Die sind halb so wild, die kriegen wir schon noch runter. Hier tut sich gerade nix. Unten ist klar. Hier haben wir noch lauter Deko-Sachen, die wir noch verbauen könnten. Oh, da ist noch so ein Teil hier. Das ist gelockt da. Ich mach das mal unlockt, dann kann das doch da eingebracht werden, oder? Komisch. Ist das hier auch lockt? Managed Decoration Chest. Okay. Decoration Chest. Warte mal. Ne, die haben wir hier nicht, ne? Das ist nur ein Chest. Ja, das ist okay, jetzt verstehe ich. Okay, einen hat's erwischt. Keine Ahnung wo. Das war hier am Eingang. Okay, da holt einer gerade auch wieder ein Ding ins Stück Erde. Oder mehrere sogar. Das ist die Frage, wo die erst weggeholt haben, ne? Okay, die gehen durchs Haus dahin, ne? Auch interessant. Okay. Wird das hier hinten irgendwo abgebaut, oder was? Ach so, das könnte sein, das könnte sein, dass das aus dem Ding anziehen, aus dem Mutt gemacht wird, ne, oder? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und sie laufen noch. Und sie holen auch noch. Da kommt er und bringt's wohin? Da, okay. Ach, das Wasserrad ist schon da, okay. Dann muss da auch noch was hin. Ich denke mal, wenigstens zwei Stück. Dann wird das noch da befördert. Das war gerade falsch. Machen wir mal so. Das geht wieder nicht, ne? Aber wenn du draufklickst, hier, so, und dann machst, dann geht's. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Ja, würde mich jetzt interessieren, ne, wie es läuft. Aber das sehen wir wohl doch nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Sintflut ist weg. Nächste bauen wir dann hier und hoffen, dass wir diese Wasserräder sehen, wie sie in Aktion sind. Aber, wie gesagt, das erst in der nächsten Folge. Ja, um das leichter zu finden, könnt ihr ein Abo abschließen, falls ihr noch nicht habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.